Warum erwähne ich das? Damit wir ein Verständnis bekommen von der Darung, wo wir hier sind. Um die Menschen zu dem natürlichen Weg zu rufen. Warum? Kriegen wir Geld dafür? Kriegen wir Geld dafür, wenn der Mann, der heute 91 ist, zum Islam kommt? Da kriegen wir gar nichts für. Hier im Dieselt. Sondern bei Allah, subhanahu wa ta'ala, kriegst du den großen Lohn. Und wir wollen für die Menschen, dass sie sich vor der Hölle retten. Weil wir glauben, wie ein Christ auch glaubt, dass dieser Weg der einzig wahre Weg zum Paradies ist. Ganz einfach. Und diese Barmherzigkeit, diese Liebe für das Gute, diese Liebe für den anderen Menschen, für das Heil des anderen Menschen, muss bei jedem Muslim vorhanden sein. Was sagt der Prophet, a.s.w. La yukmin wa hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi Keiner von euch glaubt mehr, bis er nicht für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Da ist einmal an erster Stelle der Glaubensbruder. Und dann, was viele nicht gerne hören wollen, die Brüderschaft in der Menschlichkeit. Das heißt, dass du für den Nichtmuslim wünschst, das Beste, was du hast. Was ist das? Islam. Diese Religion, der Schlüssel zum Paradies. Dass man dies in sich hat und glaubt es mir. Ich sage euch eins. Wenn wir dies in uns tragen würden, dann würde die Lage der Muslime heute anders sein. 100 Prozent. 100 Prozent. Viele sind am meckern. Wir haben eine Atombombe in Pakistan, eine Atombombe in Indien und dies und in Afghanistan und dort und dort. Es fängt bei dir vor der Haustür an. Wenn du den Dreck bei dir vor der Haustür nicht entfernen kannst, was willst du in anderen Ländern verändern? Aber du kannst etwas verändern. Weil die Strafe von Allah, die kommt herab. Warum? Weil wir nicht zu Allah rufen. Allah sagt, der Prophet, a.s.w. sagt, was sagt er? Er sagt, entweder ihr gebietet das Gute zum Islamrufen, zum Gutenrufen und verbietet das Verwerfliche oder Allah wird eine Strafe auf euch herab senden. Dann werdet ihr Dua machen, bitten und die Bitte wird nicht gehört werden. Subhanallah, diesen Hadith, du siehst es heute vor deinen Augen, wo gibt es Dauer? Erzähl mir mal, wo? In welcher Moschee? Die nennen mir in Deutschland von 2400 Moscheen, wo es eine Moschee gibt, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, Leute zum Islam zu rufen oder zumindest die jugendlichen Muslime, die verirrt sind, die Drogendealer sind, die Räuber sind, die sich benehmen, wie die letzten Assis teilweise, von der Straße runterzuholen. Wer hat sich das zur Aufgabe gemacht? Ich kenne keinen. Ich kenne keinen. Mit Millionen von Euros sind sie Minarette am Bauen. Was brauchen wir? Wofür brauchen wir ein Minarett? Wir brauchen Inhalt, brauchen wir. Wir brauchen Inhalt. Aber der Inhalt ist nicht da. Es ist leer. Bruder, glaub mir, schau es dir doch mal an. Frag doch mal. Ich habe vor kurzem mit einem Rechtsanwalt telefoniert, was er mir erzählt hat. Muslim ist der. Er hat mir erzählt, was bei ihm in der Stadt, wo sehr viele Muslime leben, was da los ist. Ich habe ihn gefragt, in welcher Schule ich meinen Sohn am besten anmelde. Wisst ihr warum? Wegen den ganzen Problemen, ja, Religionsunterricht und hin und her. Und man hat nicht so viel zu diskutieren. Verstehst du, wenn man an einer Schule ist, wo die Leute von vorn an Toleranz haben. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Original. Der hat zu mir gesagt, am besten meldest du ihn an einer Schule an, wo wenige Muslime sind. Denkst du, wieso das? Warum das? Normal müsstest du doch denken an eine Schule, wo viele Muslime sind, weil dann kennen die Lehrer die Problematik schon und dann werden diese ganzen, zum Beispiel Religionsunterricht, Weihnachtsfeier, Karneval und so weiter. Ja, dann hat das weniger Probleme. Und ihr wisst, was er sagt? Nein. In diesen Schulen haben die Lehrer schon die Schnauze bis hier oben voll. Warum? Weil da sitzen in der zweiten Klasse, sitzen dann fünf Leute, der eine aus der Türkei, der eine aus Marokko, der eine aus, weiß ich, Palästina, der andere da, der eine aus Bosnien. Ja, und dann kommt die Lehrer und sagen dir, komm, hau ab, du alte Schlapp. Ja, super. Haben die auch keinen Bock mehr drauf. Das heißt, du siehst wirklich nichts und deswegen sage ich ganz klar, wir sind gekommen und diese Probleme auszuaddieren. Indem wir diesen Menschen klar machen, wie sie sich in diesem Land zu übernehmen haben. Das ist die Aufgabe. Und wir sind nicht zum Vergnügen gekommen, wir sind nicht gekommen, um zu fressen. Das sage ich ganz klar und zwar mit dem Wort F-R-E-S-S-E-N. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wirklich, ich werde zu einem Vortrag eingeladen und ich werde fünfmal am Tag zum Essen eingeladen dabei. Ich sage, hör mal Leute, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich konzentrieren. Jeder, der Dauer macht in Deutschland, jeder, der Dauer macht in Deutschland, innerhalb von kurzer Zeit hat die 20 Kilo zugenommen. Es geht auch gar nicht anders. Weil du wirst förmlich zum Essen gezwungen. Und das ist keine Gastfreundschaft. Das ist keine Gastfreundschaft. Das ist schlechtes Benehmen. Warum erwähne ich das? Warum erwähne ich das? Erstmal, damit wir lernen, der Prophet, was sagt Aisha über ihn? Die sagt zu ihm, über ihn, Das heißt, wenn der Prophet, der hat niemals sein Essen, also, aber, das heißt, also so kritisiert, so schlecht, aber, das ist, oder so, ja, so, was ist das denn? Oder so. Wenn er es gemocht hat, hat er es gegessen. Und wenn er es nicht gemocht hat, hat er es gelassen. Das ist ein bisschen gezwungen zu essen. Das ist nicht das Verständnis von Ijaba to Da'wa, die Einladung anzunehmen. Weil ansonsten, normalerweise, in der heutigen Zeit, würde er bei Hadith anders heißen. Würde er heißen, In ishtahahu akala wa inkerehu ujberu aleh. Das heißt, wenn er es gemocht hat, dann hat er es gegessen. Wenn er es nicht gemocht hat, dann wurde er gezwungen zu essen. So würde es heute sein. Ja? Deswegen, das ist das Verständnis leider, weil, es geht in vielen, deswegen sage ich auch immer, die Moscheen heutzutage in Deutschland, das sind keine Moscheen, sondern das sind Restaurants mit Gebetsraum. Achhi, geh mal in eine Moschee und guck mal, welche Aktivitäten es da gibt. Null. Bruder, null. Nichts auf Deutsch, nichts, gar nichts. Null. Null Aktivität. Achhi, wenn ich mir die DITIB-Moschee in Köln ansehe, ja, wo jetzt diese große, diese große, das große Drama gemacht wird von Pukol, nur weil die, die Minarette da bauen, große Kuppel, das wird natürlich von diesen Leuten instrumentalisiert, genutzt, um gegen die Muslime zu hetzen. Klarer Fall. Aber wenn ich mir das angucke, ich bin auf die Seite, ihr müsst auf die Seite, die DITIB-Punkte, da geht ihr mal auf die Seite Moscheen Köln, da guckt ihr mal an, was da für Aktivitäten sind. Subhanallah, die Kriminalitätsratung der jugendlichen Muslime, tschu, auf dem Mond, ja, und dann guckst du mal, was gibt es da für Angebote, damit die davon wegkommen. Wie, jetzt frage ich einen, wie kommt der jugendliche Muslim davon weg, schlechte Sachen zu machen? Wie? Am besten, indem man ihm erzählt, dass das, was er macht, gegen seine Religion ist, oder? Das ist doch die beste Lösung. Wenn man dem beibringt, wenn man dem Gottesfurcht beibringt, dass er weiß, dass selbst wenn er hier auf Erde nicht erwischt wird von der Polizei, dass er am jüngsten Tag eine Abrechnung mit seinem Schöpfer hat. Sondern guckst du dir das Programm an. Ungelogen. Du glaubst es nicht. Wenn du das denen erzählst, sind die auch noch beleidigt, weil das ist typisch. Das notorische beleidigt sein. Egal was du erzählst, alle sind beleidigt. Also irgendwo kritisiert, du bist bis in die Steinzeit hast du bei denen verloren. Integrationskurs 1, Integrationskurs 2, Integrationskurs 3, Integrationskurs 4. Warum? Wisst ihr warum? Da geht es gar nicht mehr um Religion. Da geht es nur, um sich bei der deutschen Regierung einzuschmeicheln. Oh, guck mal, wir sind ganz nette Leute. Wir sind sowieso nette Leute. Dann Tanzkurs. Tanzkurs 1, Kinderchor, Erwachsenenchor, Instrumentalkurs, Nähkurs, türkischer Volkstanz. Ach, es ist keine Moschee, es ist eine Tanzschule, ist das. Das gibt es doch nicht mal in der Kirche, hör mal. Wenn du in der Kirche, dem Kardinalmeister in Köln, erzählst, dass wir jetzt unten in der Kirche im Kölner Dom machen, machen wir einen Raum und da fangen dann die Frauen an mit den Männern zu tanzen. Aber der sagt, ihr seid wohl nicht mehr ganz dicht in der Birne. Aber die Moschee, die ist jetzt zur Tanzschule geworden. Und da wundert man sich. Wo sind die Jugendlichen? Wo sind die Jugendlichen? Alle. Ohren hier, Ohren hier, Nasenring hier, Ohren, Lippenring hier, Piercing hier, Tattoo hier, da hier, mit dem Auto rumfahren, Zigarette in der Hand, noch ein bisschen Alkohol. Oh, Leute, fahr mal auf die Table Dance Party. Super. Ach, das ist die Realität. Und da sind die Leute beleidigt. Schau dich mal an, geh mal in die Großstädte Deutschlands. Hier seid ihr ja mehr so, wie viel Einwohner hat die Stadt hier? Ach, das ist die Geschichte. Ach, das ist die Geschichte. Ach, das ist die Geschichte.